Viparita Namaskar Yoga Mudrasana ist das Siegel des Yoga mit aufeinandergelegenen Handflächen hinter dem Rücken. Du kommst zum Lotus, beugst dich leicht nach vorne und gibst die Hände hinter dem Rücken in Namaskar Mudra, also die Handflächen, zusammen. Diese Stellung drückt Verneigung und Ehrerbietung aus. Die Verneigung vor dem Tiefsten Selbst in dir, vor dem, was du wirklich bist, eins mit der Weltenseele. Danke.